Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Kind auf die Welt zu bringen und aufzuziehen, ist seit ehemalig die natürlichste Sache der Welt. Andererseits ist die Welt oder die Umwelt nicht mehr so natürlich und gesund, wie sie früher einmal war. Neben der gewohnten Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern ist deshalb die richtige Ernährung für die Kleinsten immer wichtiger geworden. Und der Gesetzgeber hat für die Babynahrung strengere Vorschriften erlassen, als das bei den vergleichbaren Nahrungsmitteln für die Erwachsenen der Fall ist. Auch bei GOP ist man besonders kritisch bei der Auswahl und Aufnahme von den entsprechenden Produkten und hat schon vor Längerem umgestellt auf Fertigmahlzeiten unter dem GOP Naturaplan Label. Sämtliches Gemüse und Früchte für die Gläschenmahlzeiten kommen aus biologischem Anbau, das Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Und die Garantie dafür, dass die strengen Bio-Richtlinien eingehalten werden, gibt, wie bei allen GOP Naturaplan-Produkten, die Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen mit ihrer Knospe. Das Fleisch der beiden Buletsorten, die wir anbieten, stammt übrigens aus schweizerischer Freelandhaltung. Und das Kind muss wegen der besseren Qualität nicht auf Abwechslung verzichten. Mindestens 13 optimal auf Bedürfnis abgestimmte Naturaplan-Menü sind in ihrem GOP Laden erhältlich. Gemüse, Früchte, Fleisch und Getreide oder alles auch kombiniert. Je nach Verfügbarkeit der biologischen Zutaten wird das Angebot von Zeit zu Zeit erweitert und ergänzt. Vor kurzem zum Beispiel mit diesen fünf lustigen Sorten. Dazu die Meinung des Herrn Prof. Guggler, dem Leiter der Kinderklinik am Inselspital. Die Fertigmahlzeiten sind sicher im Fortschritt in der Säuglings- und Kleinkindernährung. Wenn jetzt noch Bio-Rohstoffe verwendet werden, ist das nur zu begrüssen. Warum sollen nicht unsere Jüngsten auch von dieser neuen Anbaumethode profitieren? Um ein ganz anderes Thema, aber auch um ein hochwertiges Spitzenprodukt, geht es heute im Markenfenster. Ein Mascara, der das Wimpernvolumen verdoppelt? Rissil Volume Express, der ultra neue Mascara. Für ultra Volumen. Ultraschnell. Doppeltes Volumen für ihre Wimpern. Man sieht nur ihre Augen. Doppelt faszinierender Blick. Rissil Volume Express. Die Innovation von Jemais Paris. Jetzt auch waterproof. Dass man bei GOP immer das Neuesten entdecken, ist kein Geheimnis. Unter anderem ist das zur Zeit ein gefriertrechneter, löslicher Kaffee mit einem vollen und ausgewogenen Aroma. Was daran neu sei, möchten Sie gerne wissen. Die Herkunft von diesem Kaffee. Dank GOP und Max Havelar kommen die Kleidbauer-Kooperativen in der dritten Welt für ihre Produkte bessere Preise über und haben langfristige Abnahmeverträge für ihre Ernte. Und wie man mit diesem Kaffee noch mehr machen kann, als nur mit heissem Wasser aufgießen und dann als herrlich aromatisches Getränk geniessen, verraten Ihnen, wie immer, Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Grüezi miteinander. Wer gerne Süsses hat, kommt heute bei mir auf die Rechnung. Es gibt ein Kaffeemauss mit Saisonfrüchten. 500 Gramm weisse Schokolade, lauwarm, also schön langsam schmelzen. Mit 3 Eigelb, einem Gläschen Whisky, 7 Esslöffel löslichem Kaffee vermischen und schnell durchrühren. 6 Dezirahme, nicht ganz geschlagen, unter die Masse halten. Und zum Schluss 6 tiefgeschlagene Eiweisse vorsichtig darunter ziehen, dass es schön luftig bleibt und dann es seitlich kalt stellen. Jetzt einen Suppenlöffel in heisses Wasser tauchen und die Klösschen von dieser Maus abstechen. Zusammen mit Früchten und Beeren je nach Saison unter einem Münzenblättchen hübsch anordnen. Sie haben jetzt gesehen, wie schnell so ein schönes Dessert bereit ist. Machen Sie es doch einfach so wie ich. Für die, die sich die Zutaten nach der Tagesschau noch aufschreiben wollen, steht das Rezept wie immer auf der Teletextseite 555 und auf dem Internet. Ein zusätzlicher Kommentar zu dem Rezept ist vermutlich nicht nötig. Ich gehe darum gerade weiter zu den Aktionsangeboten. Und da hat es zum Beispiel Tomaten aus Belgien und Holland, das Kilo für nur 2,20. Für das Busy sind alle Cha-Cha-Cha Premium im Multipack 2 Franken günstiger. Fixies Hösliwindle Ultra 3, Boy & Girl Updreh-Packungen nach Wahl, kosten statt 66 nur 44 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen aus der Kids Collection einen Glon mit einem weichen Stoffkörper für nur 18 Franken und ein Rallye-Auto mit Kabelfernbedienung für nur 10 Franken. Bei diesen Preisen spielen dann auch die Eltern viel lieber mit. Im Hauptbeitrag haben wir gesehen, dass Baby-Nahrung aus biologischem Abo bei Coop auf dem Vormarsch ist. Da will natürlich auch der Küchenchef vom Coop-Restaurant Nötzruck stehen und offeriert Ihnen einen Natura-Plant-Teller mit einem Bio-Hamburger, Rüebel, Bohnen, Kohlräbel und Herdöpfelgratin für nur 8,50. An dieser Stelle will ich mich verabschieden. Zuerst aber noch das Neuest aus der Import-Parfümerie. Dort beginnt der Sommer mit einer heissen Sommeraktion an. Die ganz neue Düfte. Für Regi FFE mit 40% Rabatt, das neue Ken Solon mit 15%, Poème von Lancôme mit 30% und für die Herren Best-of Chemignon mit 30% Rabatt. Und damit Sie sich wohlfühlen in Ihrer Haut, Aves Jouvenance, Crème de Jouvenance mit 50%, Vichy Nutritif mit 40% und für alle Sonnenanbeter Jouvenance Sensation Body Sun Pro F12 mit 40% Rabatt. Sie sehen, alles was pflegt und duftet, kauft man bei der Import-Parfümerie, denn mehr zahlen ist Luxus.